...finanzierung, diese großen Umwälzungen geben muss, ist ja logisch. Wo kommt das Geld her? Wollen Sie es den Leuten nehmen? Wollen Sie Abgaben kürzen? Sie haben gesagt, alle Staatsausgaben müssen auf den Prüfstand. Was heißt das? Wo wollen Sie kürzen? Also wir drehen uns hier ständig im Kreis, in der Annahme, dass dieses Geld... Überhaupt nicht. Sie drehen sich im Kreis. Ich gebe eine präzise Antwort. Sie müssen sich aber auch im Kreis drehen, weil Sie keine Antwort haben. Also wenn Sie mich jetzt mal vielleicht...